Erklärvideos Der Bär So geht ein klassisches Tutorial Langweilig Ja, aber wieso? Mit diesem Outfit und dieser Art der Vermittlung haben es ganz viele Leute bei YouTube und Co. sehr weit gebracht So eine Flipchart ist 90er Jahre, das brauchen wir nicht mehr Die grüne Farbe hinter mir können wir einfach durch jegliches Bild ersetzen und dafür brauchen wir nur ein Smartphone Und Klamotten machen echt eine Menge aus Und wenn wir keinen Bock haben, selber vor der Kamera zu stehen dann lassen wir das einfach unsere Avatare machen Hallo, kann mich hier mal jemand animieren? Und dann gibt es natürlich noch ganz viele Apps, mit denen man den Look verändern kann Ich zum Beispiel finde so einen Bombingstil super Mein Tipp, lasst eurem Spieltrieb einfach fein laufen Wie ihr seht, gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten Aber was brauchen wir denn jetzt wirklich, um mit der Videoproduktion loszulegen? Ja, technisch brauchen wir irgendwas zum Bildermachen Das kann eine Kamera sein, das kann ein Smartphone sein, das kann ein Tablet sein Dann brauchen wir für einen guten Ton noch ein Mikrofon Schadet auch nicht, wenn wir ein bisschen Licht haben Aber vor allen Dingen brauchen wir eine gute Idee Ja, das macht alles genau